Hans-Jürgen Bäumler, ein berühmter ehemaliger deutscher Eiskunstläufer und Schauspieler, hat Höhen und Tiefen in seinem Leben und seiner Gesundheit erlebt. Am 28. Januar 1942 in Dachau geboren, hinterließ er tiefgreifende Spuren in den Bereichen Kunst und Sport. Sein Leben wurde jedoch tragisch, als sich sein Gesundheitszustand ernsthaft verschlechterte, was zu einem schmerzhaften Tod aufgrund eines septischen Schocks aufgrund akuter Bauchschmerzen führte. Hans-Jürgen Bäumler war einst ein großer Star in der Welt des Eiskunstlaufs und gewann viele internationale Medaillen und Auszeichnungen. Seine Karriere beschränkte sich nicht nur auf den Sport, sondern weitete sich auch auf den Unterhaltungsbereich aus, da er sich zu einem talentierten Schauspieler entwickelte. Die Karriere und das Leben von Hans-Jürgen Bäumler fanden jedoch ein jähes Ende, als er sich mit einer schrecklichen gesundheitlichen Situation konfrontiert sah. Am Ende seines Lebens hatte Hans-Jürgen Bäumler mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und die täglichen Krankheiten machten ihn schwach. Engagierte Ärzte versuchten ihr Bestes, um ihn zu retten, aber das Schicksal war nicht auf seiner Seite. Sein Leben endete an einem herzzerreißenden Tag, als er an einem septischen Schock starb, der durch akute Bauchschmerzen verursacht wurde. Viele Fans und Kollegen von Hans-Jürgen Bäumler waren schockiert und traurig über den plötzlichen Tod einer Legende. Die Eiskunstlauf-Community und Fans auf der ganzen Welt mussten diese schmerzhafte Wahrheit akzeptieren und sich an einen herausragenden Sportler und talentierten Schauspieler erinnern. Hans-Jürgen Bäumlers Leben ist ein Zeugnis der Komplexität und Unvorhersehbarkeit des Lebens. Obwohl er in seiner Karriere große Erfolge feierte, wurde schließlich sein schlechter Gesundheitszustand zum entscheidenden Faktor und beendete seine Reise mitten im Rennen des Lebens. Dies ist eine starke Erinnerung an die Bedeutung der Gesundheit und den Wert jedes einzelnen Augenblicks im Leben. Hans-Jürgen Bäumler, ein berühmter Name in der Geschichte des deutschen Eiskunstläufers und Schauspielers, hat nicht nur im Sport, sondern auch in der Unterhaltungskunst tiefgreifende Spuren hinterlassen. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sportler in der Geschichte des Eiskunstlaufs in Deutschland. Hans-Jürgen Bäumler begann seine Eislaufkarriere 1958 und erzielte schnell große Erfolge. Er konkurrierte mit seiner Teamkollegin Marika Kilius, und das Paar vollbrachte Wunder auf dem Eis des Paares. Von 1959 bis 1964 wurden sie regelmäßig Europameister und gewannen nicht weniger als sechs Titel. Der Höhepunkt ihrer Karriere war die Krönung der Weltmeister in den Jahren 1963 und 1964. Auch bei den Olympischen Winterspielen waren sie erfolgreich, als sie 1960 und 1964 Silbermedaillen gewannen. Die Vielseitigkeit von Hans-Jürgen Bäumler beschränkt sich nicht nur auf den Eiskunstlauf. Er zögerte nicht, seine Karriere zu ändern und ein berühmter Popsänger zu werden. Dies beweist, dass sein Talent und seine Leidenschaft nicht auf ein einziges Gebiet beschränkt sind. Seine vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten stellten er auch bei seinem Wechsel zum Fernsehmoderator unter Beweis, wo er mit seiner Unschuld und seinem Talent ein großes Publikum in seinen Bann zog. Nach den Höhepunkten seiner sportlichen Karriere hörte Hans-Jürgen Bäumler damit nicht auf. Er beschloss, eine Schauspielausbildung zu absolvieren und schlug damit ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Dies half ihm nicht nur, sich auf der Bühne und auf der Leinwand frei auszudrücken, sondern bereicherte auch sein Image in den Herzen des Publikums. Das Leben und Werk von Hans-Jürgen Bäumler ist die Reise eines vielseitig talentierten Künstlers, der bewiesen hat, dass Leidenschaft und Engagement Menschen dazu bringen können, jede Herausforderung zu meistern. Ob auf Tonband, in der Musik oder vor der Kamera, er hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen der Fans und... Peter Maffay, einer der bekanntesten deutschen Sänger und Musiker, hat im Laufe seines Lebens viele Höhen und Tiefen erlebt. In diesem Video werden wir einen Blick auf sein tragisches Leben werfen, das von persönlichen Herausforderungen und künstlerischen Triumphen geprägt war. Die Kindheit und frühen Jahre von Peter Maffay waren von Schwierigkeiten und Veränderungen geprägt. Er wurde 1949 in Siebenbürgen in Rumänien geboren und erlebte dort die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Seine Familie emigrierte später nach Deutschland, wo er aufwuchs. Diese frühen Jahre bildeten den Grundstein für sein weiteres Leben. Die familiäre Situation war nicht einfach und Maffay musste sich früh anpassen. Sein Vater verließ die Familie, als Peter noch sehr jung war und seine Mutter musste sich alleine um ihn kümmern. Dies führte zu einer engen Bindung zwischen Mutter und Sohn, die sein Leben und seine Musik beeinflusste. Schon in jungen Jahren zeigte sich Maffays Leidenschaft für die Musik. Mit 13 Jahren gründete er seine erste Band und begann Gitarre zu spielen. Musik wurde zu einem Weg, um mit den Herausforderungen seines Lebens umzugehen. Die Erfahrungen seiner Kindheit und die kulturelle Vielfalt, die er durch seine Herkunft erlebte, sollten später seine Musik stark beeinflussen. In dieser Zeit begann er, erste Lieder zu schreiben und sich musikalisch weiterzuentwickeln. Diese frühen kreativen Schritte sollten den Grundstein für seine spätere Karriere als erfolgreicher Sänger und Musiker legen. Sein erstes Engagement als professioneller Musiker erfolgte, als er Mitglied der Band The Dukes wurde. Diese Erfahrung half ihm, seine Fähigkeiten als Sänger und Gitarrist weiterzuentwickeln. Trotzdem war der große Durchbruch noch in weiter Ferne. In den 70er Jahren fand Maffays schließlich den musikalischen Stil, der ihn berühmt machen sollte. Sein Album Steppenwolf brachte ihm seinen ersten großen Hit, Du, und katapultierte ihn in die deutsche Musikszene. Der Song wurde zu einem Klassiker und ist noch heute ein fester Bestandteil seines Repertoires. Während dieser Zeit wurde Maffay nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine Bühnenpräsenz und sein Charisma gefeiert. Er konnte das Publikum mit seiner kraftvollen Stimme und seinen gefühlvollen Texten in den Band ziehen. Seine Vielseitigkeit zeigte sich auch in den 70er und 80er Jahren. Er experimentierte mit verschiedenen Genres, von Rock bis zu Balladen und bewies, dass er mehr als nur ein One-Hit-Wonder war. Hits wie Über sieben Brücken musst du gehen unterstrichen seine Vielseitigkeit und sein musikalisches Talent. In den 80er Jahren erlebte Maffay seinen großen Durchbruch. Sein Album Über sieben Brücken aus dem Jahre 1981 war ein riesiger Erfolg und brachte ihm weitere Hitsinges ein, darunter Sonne in der Nacht. Dieser Erfolg festigte seine Position in der deutschen Musiklandschaft und machte ihn zu einem der gefeiertsten Künstler seiner Zeit. Was Maffay jedoch besonders auszeichnete, war seine musikalische Vielfalt. Während viele Künstler sich auf ein bestimmtes Genre spezialisierten, wagte er sich in verschiedene musikalische Gewässer. Er konnte mit Rock- und Pop-Palladen genauso überzeugen, wie mit emotionalen und tiefgründigen Liedern. Sein Album Ich wollte nie erwachsen sein aus dem Jahre 1982, das auch den Soundtrack zum Film Tabaluga beinhaltete, ist ein gutes Beispiel für diese Vielfalt. Die Platte enthielt eingängige Hits wie Tabaluga und Nesaya und zeigte Maffays Talent, Geschichten durch seine Musik zu erzählen. Auch in den Jahren danach überraschte Maffay sein Publikum immer wieder mit neuen Stilen und Klängen. Er experimentierte mit Folk, Blues und sogar der Klassik. Sein breites musikalisches Spektrum wurde zu einem Markenzeichen und zeigte, dass er sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruhte, sondern stets nach kreativen Herausforderungen suchte. Diese musikalische Vielfalt brachte ihm nicht nur Anerkennung von Kritikern ein, sondern begeisterte auch ein breites Publikum. Peter Maffay war mehr als nur ein Sänger. Er war ein Geschichtenerzähler, der durch seine Lieder, Emotionen und Geschichten vermittelte. Er war ein Schichtenerzähler.